Ja, wie lange fährst du denn nach Nürnberg? So eine halbe Stunde oder so, oder? Kommt drauf an, mit was ich fahr. Motorrad braucht nicht so lang. Und was hast du für ein Motorrad? Derzeit hab ich ja Yamaha. Derzeit hab ich ja Yamaha. Irgendwann später. Wann fährst du ein Motorrad schon jahrelang, ne? Schon jahrelang, ne? Äh... Ich fahr nicht gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahr Motorrad, weil ich das gerne fahr. Basta. Ab 10, davon fahr ich kein Motorrad. Ich wiege ca. 100, äh, 140, 150, sowas in dem Dreh. Ich wiege so um die 150, 155 ungefähr. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Ich wiege derzeit ungefähr 195 Kilo. Ich wiege derzeit ungefähr 195 Kilo. Äh... Würde mich so freuen für dich, wenn du jemals Kinder haben würdest. Schauen wir mal, paar Jahre hab ich noch Zeit. Ich komm gleich, Schatz. Geh mal zu der Mama rüber. Geh mal zu der Mama rüber. Würde mich so freuen für dich, wenn du jemals Kinder haben würdest. Schauen wir mal, paar Jahre hab ich noch Zeit. Ach und mein Sohn muss ja auch noch anrufen. Ach und mein Sohn muss ja auch noch anrufen. Wer ist dein Sohn im Mund? Äh... Der wird bald vier. Der wird bald vier. Sollte es irgendwann doch der Fall sein, Frauen und Kinder. Aber ehrlich gesagt, glaube ich an letzteres nicht. Meine Schwester und meine Mutter haben mich im Stich gelassen, was jeder weiß, der hier wohnt und jeder weiß, der dabei war. Ich war hier. Ich hab... Ich bin heute noch hier und ich war damals hier und ich hab mein Leben hier geführt und ich hab hier alles gemacht und hab alles am Laufen gehalten. Die sind abgehauen, nicht ich. Die sind abgehauen, nicht ich. Ich hab niemanden abgeschoben und... Ich hab niemanden abgeschoben und nichts in irgendeiner Art und Weise gemacht, was das angeht. Weißt du, du bist ausgezogen und ich hab meine Eltern rausgeschnissen. Und ich hab meine Eltern rausgeschnissen. Meine Mutter zumindest, meine Schwester. Weil es mein Haus ist, mein Jens ist mein Haus. Das ist ja richtig toll, so behält man sich oder so behandelt man seine Familie. Richtig. Und du kennst meine Familie so gut. Außerdem dringet kein Baby oft noch. Außerdem dringet kein Baby oft noch. Skoll! Echte Mettler kam mit einem Bier in der Hinsfänge hin, Alter. Also dann dringet kein Baby oft noch. Ja, ich sauf Bier, ich bin ein Mettler. Also dann dringet kein Baby oft noch. Ich möchte Bier trinken. Saustreams gibt es bei mir überhaupt nicht. Es gibt Neibeser Umfall, das ist Wochenende. Saufen! Saufen! Leute, über Finanzen, über Finanzen rede ich nicht. Ich hab über Finanzen noch nie geredet. Ich hab über Finanzen noch nie geredet. Ich hab keine Geldprobleme, ich verdiene 8000 im Monat. Ich verdiene 8000 im Monat. Ich muss das mal hinkriegen, so viel zu verdienen. Ich hab über Finanzen noch nie geredet. Ich dürfte wohl bald meine Schulden größtenteils getilgt haben. Vor allem bei dem Betrag, den ich aktuell verdiene. Ich verdiene im dreistelligen Bereich und ich verdiene schon weit mehr als nur im dreistelligen Bereich, sondern es geht schon mehr in die Mitte des dreistelligen Bereichs. Ich rede nicht über Geld, Punkt. Angenehm. Ich verdiene ein paar tausend Euro jeden Monat. 500 habe ich jeden Monat. Ich kann Hass nicht empfinden. Aber ich kann kein Hass empfinden. Für mich ist Hass nicht greifbar. Für mich ist Hass nicht greifbar. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse. Ich hasse, was ich wirklich hasse. Ich hasse es. Ich hasse, ich hasse Tom. Ich hasse es. Ich hasse dieses. Ich hasse es. Was ich immer lustig finde, ist, dass die Leute mich immer für stark halten wegen den Hatern, dass ich das einfach so wegstecke oder dass ich einfach so meine Videos mache und alles. Ich persönlich finde eigentlich, dass ich ein ziemlich schwacher Mensch bin. Ich halte mich selbst für einen sehr starken Menschen. Ganz ehrlich, was dem teilweise angetan wird und so eine Hetzjagd hat, also eine richtige Menschenjagd. Und ich weiß, er fordert das halt auch heraus. Das ist nicht unbedingt das Klügste. Wo fordere ich das bitte heraus? Ich versuche, diesen ganzen Scheiß loszuwerden. Bitte, liebe Hater, beweist mir, dass ihr so viel Macht habt und dass ihr wirklich so vieles seid. Beweist mir, dass ihr so viel Macht habt und dass ihr wirklich so vieles seid. Drei Tage später. Was tut mir denn zu sein, Alter? Irgendwann später. Es ist jetzt drei Tage her, vier Tage her, dass ich gesagt habe, die Hater sollen mal beweisen, dass die Hater wirklich so viele sind. Im Sinne von, sie sollen nicht mehr haten hier, sie sollen nicht mehr auf YouTube haten und sie sind vor allem die in Real-Life-Aktionen ablassen. Einen Tag oder zwei Tage später fliegt hier eine Riesenbombe rein. Bisschen mal zucken, Alter! Bisschen mal zucken! Lügenhater, Lügenhater ohne Ende. Immer so eine Fresse und so... Die kann man nicht mehr sehen. So kleine Eier haben die. Das Schnellste, was ich je mit einem Auto gefahren habe, ist 313. Das Schnellste, was ich je gefahren bin, waren 260. Oder waren es sogar 270. Irgendwas in die Richtung. Ich habe keine Angst. Ich bin groß und stark und gefährlich. Ich habe keine Angst. Ist das eure Art, mit jemandem umzugehen, der Angst in sein Leben hat, ja? Ich habe langsam Angst um mein beschissenes Leben! Jetzt kommt natürlich wieder die Sache so, ja, dann lass die halt vor deinem Haus stehen. Ja, wenn die nur da stehen würden, würde mir das komplett am Eimer vorbeigehen. Ja, hier ist mal wieder der Winkler. Ich notiere. Äh, zwei so Vollpfosten, die hier schwer rumstehen. Einer in einem karrierten blau-weißen Hemd und einer in schwarzen Klamotten mit schwarzer Hose, weiße Schuhe. Ein Nazi? Hat eine Glatze. Schmeißen die auch Steine und randalieren und rütteln an ihrem Tor? Und machen die auch Fotos? Ja. Na, das geht ja mal gar nicht. Haben die nichts Besseres zu tun? Genau. Immer diese arbeitslosen Studenten, greifen die mit Schlagstoff, Messer und Schusswasser an? Genau, das übliche quasi. Haben die denn auch rumgeschrien? Schreien habe ich schon noch nicht gehört, aber ich bin im Livestream, aber ich habe so Kopfhörer aufgehört. Ich höre es nicht so genau. Wir sind gleich da mit einer Pizza von Timo. Okay, danke. Ade. Wie fühlt sich's eigentlich an, von einem Sonderschüler so vorgeführt zu werden? Dann. Dann.